Yo, hallo Leute! Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Let's show. Hätte davor sein müssen, na egal. Ähm, ja, letztes Mal richtig fail. Weiter geht's mit Isaac. Nicht groß labern, los geht's. Stirb, für der Klump. Joa, packt euch. Ja, hat Epilepsie oder wat? Pisser, trefft mich eh nicht. Wohl fail der Rum, aber naja. Dum 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 dum. Da hole ich jetzt die Kiste. Ja. Und schon, da sind Bomben drin. Nein, da ist die Pille. Die macht mich wieder kaputt. Doch nicht. Jetzt haben wir Pretty Fly bekommen. Pretty Fly, genau. Die schützt uns halt verfliegen. Halt so, wenn die so vor uns ist. Ja, jetzt halt nicht. Ähm, das war jetzt Fail. Ich wollte es euch veranschaulichen. Oder halt, wenn halt ne Kugel kommt und die geht genau davor, dann haben wir halt auch Schutz. Wenn ich das jetzt nehme, dann gibt's ein Buttonsmash. In ganz ehrlich euch. Egal. Weil jetzt kann ich nämlich, wenn ich gedrückt halte, nicht mehr viele Bomben schießen, sondern so eine große. Muss ich die ganze Zeit so machen. Egal, was soll's. Na, na, na. Wer nach unten. Bom. 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 Noch ein Schlüssel. Bom, 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 bom. Das war nice, ja, das war richtig nice, man. Small Walk. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt Steine kaputt machen, kann es sein, dass wir einen Stein bekommen, der uns DMG gibt, glaube ich, verrat, glaube ich. Oh, Gemoni. Der rennt uns hinterher. Der komische angeborene Fötus, den er da und weiß ich trägt da. Der beschießt uns. Und, ja. Komm, das geht kaputt. Bom. Nein. Nonnenrunde. Wer hat noch nicht, er will nochmal. Ich treffte noch gar nicht. Ja, so kriegst du mich nicht, Junge. Komm. Fuck. Hat er mich doch gekriegt. Flipp. Was träum ich jetzt? Oh, guck mal, hier hast du eine Blume. Oh. Toll. Das ist mir auch schon mal passiert, so. Ähm. Ja. Genau. Oh, ein Feuerherz. Damit können wir halt kaputt machen. Toll. Toll. Oh, hier ist einfach mal so. Ich kann natürlich auch mit der Maus. Ist aber halt richtig fail. Vor allem, da hört man übel Sinn Aufnahme und ja. Ist halt scheiße. Ich mach hier mit der Tastatur. Sing. 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 Komm schon. Ja, wie viele Stüsse, ey. Ich brauch Bomben, Junge. Bumm. 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 Ah, schade. Sag ich doch. Und hier oben ist der geile Raum. Wenn nicht, hab ich verkackt. Bumm. 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 Hätte eigentlich die Badegeoll eine Toure holen sollen. Ja, ich bin auch doof. Also wenn ich in Baseball oder in der Cave schon, also in den ersten vier Welten verkacke, ist das schon ein bisschen peinlich, also. Ich hab eh noch nicht. Mensch, ich brauch mindestens fünf Münzen, um mir wenigstens Herzen zu kaufen. Da ich das nicht habe, kann ich doch mal nicht reingehen. Bumm. 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 Ach fuck. Mein Gott, ich brauch keine Münzen. Bumm. Versteh das doch endlich mal. Ach, keine Münzen, keine Schlüssel. Guck, Bombe brauch ich. Wenn jetzt hier ein Scheiß-Item drin ist, ne? Ja, okay. Geht noch. DMG wär mir lieber gewesen, aber was soll's. Was. So, ziehe ich nämlich hier das... Nein. Egal. Dööööööööööööön. Boom. Ach fuck. Boom. Dann haben wir hier Münzen, gut, dann gehört wir in den Shop gehen und dann noch den Heimraum besuchen, da weiß ich, also bin ich mir jetzt eigentlich zu 98,9% sicher, wo der ist und zwar hier. Können wir auch direkt weiter durchgehen. Toll. Ähm, ja, egal, ich koffe uns halt das hier. Ich gebe gerne Geld aus, ich meine, wer es hat, ich hätte zwar halt auch das Geld sparen können, wäre eigentlich, äh, nützlich gewesen, aber naja, ihr kennt mich, ihr kennt meine Logik, ihr, ja, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Na, na, na. Theoretisch hätte ich mir jetzt auch den Schlüssel da oben holen können, aber, ähm, wir kriegen eigentlich in jedem nächsten Cave, sagen wir, oder jede nächste, ähm, Welt, oder je nachdem, wie ihr das nennen wollt, mindestens einen Schlüssel und Bomben halt nicht so oft und da finde ich halt Bomben lieber sparen als Schlüssel. Bomben, gebärts. Ups. Komm hoch. Nachfail. Putz. Putz. Ah, fuck, 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 fuck. Okay, der ist tot, ach ja, vergessen zu sagen, Levi Jr. ist halt so ein Wurm, der kackt halt rum und, äh, ja, hatten wir aber auch schon in dem Let's Player Wochen Video und von daher, glaube ich, kennen die meisten den eh. Bum. Monster tuuus. Ja, genau. Satans Raum, was haben wir hier? Ich weiß, was das rechte ist, aber das linke bin ich mir nicht ganz sicher Ich könnte auch beides holen Und die alle verabfetzen Ich gehe ja gerne Risiko ein Und Ich sag hier, DMG ab Sauber Okay, und wir haben einen neuen Kram Was? Ja, Leute Ähm Äh Ja Ja Ja, wir sind gestorben, weil wir was gekauft haben Wo wir noch zwei Rüstung setzen haben, ist sehr logisch Und ähm Ja, wir haben dafür einen neuen Charakter vergeschaltet Das ist die Hauptsache daran Das war auch natürlich mein Plan Also, äh Jetzt nicht denken Ich hab das Ich wusste, dass ich jetzt werde sterben Aber Ich wollte natürlich den neuen Charakter holen Und wenn wir mit denen spielen können Also, ist klar Und Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Tschüss 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 Tschüss